wenn ein fisch nicht mehr schwimmen kann oder ein vogel nicht mehr fliegen kann wenn wir denken dann liegt ein problem vor genauso wie wenn ein apfelbaum keine äpfel mehr produziert dieses aber wenn gläubige aufhören zu glauben was ist wenn gläubige zweifeln genauso von ein von so einem fall spricht der heutige bibeltext im ersten mose kapitel 17 vers 17 da lesen wir dafür abraham auf sein angesicht und lachte und sprach in seinem herzen soll mir mit 100 jahren ein kind geboren werden und soll sarah 90 jahre alt gebären wenn wir nur an diesem vers hier lesen dann würden wir denken wer hat abraham so einen guten witz erzählt dass er sich auf dem boden wirft und anfängt zu lachen wir wissen aus den versen davor und danach dass kein geringerer mit ihm spricht als gott selbst und nein gott erzählt ihm keine witze sondern gibt ihm ein versprechen dass er und sarah ein kind bekommen würden ja hochbetagt wie sie sind würden sie ein kind bekommen und abraham er lacht er hat aufgehört zu glauben dass für gott alles möglich ist er hat aufgehört zu glauben dass er ein nachkommen noch bekommen kann gott verspricht ihm immer wieder dass er nachkommen bekommen wird und nicht nur ein nachkommen sondern aus sein nachkommen werden so viele sein dass er sie nicht zählen kann sowie sand am meer sagt gott und sowie stern am himmel und sie werden ein segen sein für die ganze welt aber abraham hat zweifel vielleicht kennen wir das auch dass zweifel in unserem leben kommen dass wir auch grenzen haben für unseren glauben dass wir sagen ja ich glaube aber das ist eine nummer zu groß für gott vielleicht hilft uns folgende aussage die gott hier macht kapitel 18 vers 14 spricht gott und sagt sollte dem herrn etwas unmöglich sein vielleicht hilft das dir wenn du anfängst zu zweifeln dass du dir die frage stellst sollte meinem herrn etwas unmöglich sein und die antwort lautet natürlich nein für abrams problem hatte gott der allmächtige eine lösung für deine probleme hat gott auch lösungen parat denn gott ist alles möglich er ist allmächtig das größte problem was wir haben ist das problem ist das problem mit der sünde wir werden dieses problem nicht los deswegen herrschen kriege und hass und gewalt und seuchen und krankheiten weil die sünde da ist und das ende ist der tod wer kann da helfen gott gott für ihn ist alles möglich und gott sendet seinen sohn jesus christus in dieser welt und er gibt uns eine lösung mit jesus christus denn er stirbt am kreuz um unsere sünden zu nehmen die strafe für unsere sünden und er überwindet den tod und die macht des teufels und der hölle und gott selber verspricht dass wenn wir jesus christus in unserem leben nehmen annehmen als unseren herrn wenn wir glauben dass er für unsere sünden bezahlt hat und wenn wir glauben dass er auferstanden ist von den toten dass wir für immer bei ihm sein werden dass wir ewiges leben haben dass wir nicht in das gericht kommen sondern dass wir ewiges leben haben werden vergebung für unsere sünden gott hat eine lösung für unser größtes problem und ich weiß nicht ob es dir hilft aber mir hilft es oft dinge in dieser relation zu stellen nämlich wenn ich gerade eine verspätung haben mit der bahn und ein ein wichtiges gespräch habe und das ist ein großes problem und ich stecke in diese bahn und ich kann nicht raus und ich werde zu spät kommen dass ich darüber nachdenke gott hat für mein größtes problem gesorgt am kreuz für meine sünde er wird auch für alles andere sorgen gott wird für alles sorgen denn gott ist alles möglich ja vielleicht werden wir manches übler erleben in unserem leben und manche traurigkeit gott verspricht nicht dass wir ein leben erleben werden ohne probleme aber gott verspricht dass er mit uns geht mitten in diesem problem denn wie heißt es im psalm 23 der herr ist mein herrte mir wird nichts mangeln er geht mit seinen schafen mitten im dunklen tal ist der herrte da auch wenn es uns schlecht geht wenn du zu deinen grenzen kommst ich weiß es nicht ob du ein problem hast in deiner ehe oder in deinem team wo du arbeitest in der gemeinde wo du vielleicht auch auf andere menschen schaust genauso wie abraham auf sarah schaute und dachte sich es wird nicht klappen ich bin zu alt und sie ist zu alt das wird in dieser konstellation nicht klappen aber für gott ist alles möglich denk daran in deiner ehe für gott ist alles möglich es gibt ein neuanfang es gibt ein neuanfang auch in dein team in der gemeinde wo du tätig bist und vielleicht mut verloren hast und kraftlos kraftlos geworden bist es gibt mut und hoffnung auch da gott kann alles gott kann auch mit deinem team so viel bewirken vielleicht denkst du an menschen in deiner umgebung oder in deiner familie die noch nicht gläubig sind und verzweifelst und denkst das wird einfach nicht klappen für gott ist alles möglich vertraue ihm denn wie heißt es hier sollte dem herrn etwas unmöglich sein vielleicht hast du eine sünde in deinem leben und du denkst die ist viel zu groß ich bin viel zu abhängig von dieser sünde und es wird nicht klappen im ersten johannesbrief kapitel 1 vers 9 gibt uns gott eine verheißung er sagt wenn wir unsere sünden bekennen so ist er treu und gerecht dass er uns unsere sünden vergibt und uns reinigt von aller ungerechtigkeit das ist gottes versprechen an dich nimm das an denn für unser gott ist alles möglich gott segne dich das ist das ist das ist das ist gott